Meine sehr verehrten Damen und Herren, am 18. Oktober werden die politischen Weichen für die nächsten vier Jahre neu gestellt. Es geht um viel. Die Zusammensetzung des eidgenössischen Parlaments wird ganz entscheidend für die Zukunft der Schweiz sein. Bleibt unser Land frei und selbstbestimmt? Oder ordnen wir uns über einen neuen Rahmenvertrag der EU unter? Wollen wir die Zuwanderung wieder selber steuern und begrenzen? Oder wollen wir schon in 15 Jahren in einer 10-Millionen-Schweiz-Leben? Wollen wir Wohlstand und Arbeitsplatz schaffen in unserem Land? Oder die Verwaltung, die staatliche Bevormundung und die Bürokratie ausbauen? Ich glaube, die Antwort ist klar. Also was bringt es Ihnen? Was, geschätzte Wählerinnen und Wähler, bringt es der Schweiz, wenn am 18. Oktober die SVP gestärkt wird? Als Bürgerinnen und Bürger eine lebenswerte und intakte Schweiz. Als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Sicherheit, auch in Zukunft selber zu bestimmen, welche Regeln in unserem Land gelten sollen. Als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die Gewissheit, nicht für die Misswirtschaft von anderen Staaten müssen mitzuzahlen. Als Unternehmerinnen und Unternehmer gute Bezüchungen im gegenseitigen Interesse mit allen Ländern dieser Welt. Als Angestellte bringt es mir weniger Lohndruck und weniger Verdrängung auf dem Arbeitsmarkt durch junge, billige Zuwanderer. Als Pendlerinnen und Pendler weniger verstopfte Strassen und Züge. Als Bewohnerinnen und Bewohner von unserem Land mehr Sicherheit, weniger Einbrüche und Diebstähle. Als Schweizerinnen und Schweizer das Hochhalten der humanitären Tradition bei gleichzeitiger Bekämpfung von den Missbrüchen im Asylwesen. Als Gewaltopfer die Gewissheit, dass Taten aus dem Verkehr gezogen werden und kriminelle Ausländer konsequent ausgeschafft werden. Als Richter und Polizist greifige Rechtsgrundlagen, um bei Verbrechen auch wirklich hart durchgreifen zu können. Als Gewerbler weniger Bürokratie und Papierkram. Und als Bauer bringt es mir mehr Freiheit und flexibles Raumplanungsrecht. Sie haben es selber in der Hand. Nur schon kleine Sitzverschiebungen im Parlament und damit wenige Stimmen an der Urne entscheiden über den künftigen Weg der Schweiz. Gelingt es jedem von uns bis am 18. Oktober, alle Familienmitglieder, Freunde, Arbeits- und Vereinskollegen zur Teilnahme der Wahl zu bewegen, dann können wir gemeinsam dafür sorgen, dass uns unser einzigartiges Land erhalten bleibt. Wir können dafür sorgen, dass wir frei bleiben, dass die Schweiz Schweiz bleibt. Und darum danke ich Ihnen allen für Ihr grossartiges Engagement für unsere Schweiz. Gehen Sie jetzt wählen, überall mit der SVP-Liste und dem jeweiligen SVP-Ständeratskandidaten. Vielen Dank.